Haben Sie genug von Duschhauben abdrücken? Machen Sie sich Sorgen um Stirnfalten? Vertrauen Sie Ihre Haare nicht irgendeiner alten Duschhaube an. Entdecken Sie die revolutionäre Tiara-Duschhaube, die komfortable, abdruckfreie Haube wie für eine Königin gemacht. Die Tiara-Duschhaube bietet ein angenehmes Tragegefühl und ist groß genug für alle Haarlängen und Frisuren. Das angenehme Stirnband und das Plüsch-Froté-Futter sorgen für gänzlich trockenes Haar, ohne Kräuseln und feuchte Ansätze. Ihre Frisur bleibt perfekt erhalten. Die Tiara-Duschhaube wird aus luxuriösen und umweltfreundlichen Materialien aus recycelten Plastikflaschen hergestellt. Und das Beste ist, Tiara ist umkehrbar und dadurch perfekt für Haarkuren und Masken geeignet. Ihr umweltfreundliches Futter passt sich an die Körperwärme an und hilft dadurch, Pflegeprodukten tiefer in die Haarstruktur einzudringen. Die Tiara-Duschhaube ist maschinenwaschbar, damit sie immer frisch und sauber ist und bereit für die Haarpflege, wenn Sie es sind. Anders als gewöhnliche Duschhauben mit Gummizug die Abdrücke hinterlassen und Feuchtigkeit nicht gänzlich ausschließen, sitzt die Tiara-Duschhaube mit ihrem Frottee-Stirnband sicher und angenehm und schließt das Haar komplett ein. Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit Duschhauben, die jucken, drücken und verrutschen. Mit der umkehrbaren Tiara-Duschhaube werden Sie sich fühlen wie eine Königin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017